hallo wir sind heute auf dem spielplatz mit unserem düngerstreuer und meinem werkzeug und wir erklären euch die teilbreitenschaltung varisbrett pro so ihr seht jetzt hier unser feld mit den fahrspuren habe ich hier schon reingefahren ich habe die feldumfahrung schon gestreut und jetzt sieht man hier die fahrgassen und wie das so ist sind die felder nicht immer gleichmäßig groß rechtwinklig sondern sie haben hier eine schräge an der seite und hier die letzte fahrgasse geht leider nicht mehr richtig aus mit der spritze kann ich jetzt schön teilbreiten schalten dass ich nirgendwo doppelt spritze kann ich das auch mit dem düngerstreuer ja klar geht es auch beim düngerstreuer wir haben düngerstreuer mit teilbreitenschaltung varisbrett pro heißt es bei uns und schalten in ein meter stufen die teilbreiten also wenn er jetzt hier fährt streut er noch ganz normal aber wenn ich dann hier reinkommen und ich habe hier diesen spitz fängt er an von innen nach außen in ein meter stufen aufzumachen und wenn ich in die letzte fahrgasse kommen wo nicht mehr richtig gut ausgeht dann streut er nur so weit wie er muss und dadurch dass man mit varisbrett pro doppelt gestreute bereiche vermeidet kann man über zehn prozent dünger einsparen das haben wir in versuchen belegt und wenn dann auch noch der düngerstreuer über gps automatisch geschaltet wird mit section control dann ist es auch noch total komfortabel also varisbrett pro am rauchstreuer